Die Faszination bei der Verarbeitung von großen Vliesen ist die unendliche Möglichkeit, was man hat mit dieser Keramik. Ich kann Duschen gestalten ohne eine Fuge in der Fläche. Es ist natürlich eine unheimliche hygienische Geschichte. Man kann selber Möbel mit Keramik bauen. Die Teilnehmer, wenn sie meinen Workshop besuchen, können sich auf viele Dinge freuen. Eine 3-Meter-Vliese biege ich locker mit 20 cm. Das ist überhaupt kein Problem. Ich nehme den Teilnehmern die Angst für die Verlegung und die Verarbeitung der großen Vliesen. An einem Werkzeug ist mir unheimlich wichtig, dass es Punkt 1 präzise, dauerhaft, langlebig arbeitet und funktioniert. Der Akkubetrieb ist bei mir eine Idee, inwieweit kann ich mit Akku meine Baustelle perfektionieren. Mein Ausgleich von der Arbeit ist, mit meiner Frau in der Natur zu sein und diese Natur ganz einfach genieße. Was an und für sich für mich eine schöne Freude ist, wenn ich dann von Objekten Bilder bekomme, wo sie gesagt haben, Hey Uwe, ohne deinen Workshop hätte ich dieses Bad nicht realisieren können. Und das kommt immer wieder und das ist das Schöne drin. Ich bin Uwe Feustel und ich bin der Fliesendoktor. Ich bin Uwe Feustel und 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 ich bin Uwe Feustel. Vielen Dank.